In the age of the dinosaurs, a family of tiny castaways. Aber noch viel beeindruckender als der Animationsfilm ist die Wirklichkeit. Wir haben eine ganz erstaunliche Lemurenart namens Indri, die größte aller existierenden Lemurenarten, mit ganz unglaublichen Gesangstalenten, fast wie ein Opernsänger. Die Schifakas sind die tanzenden Lemuren. Sie sind dazu in der Lage, elegante Tanzschritte hinzulegen und mit der Riesensprung von Baum zu Baum zu hüpfen. Wunderbare Tiere. All diese Lemurenarten, von der kleinsten bis zur größten, haben eines gemeinsam. Die Dominanz, der Weibchen. Die weiblichen Tiere entscheiden, wo es lang geht, was gegessen wird und wo sich die Gruppe niederlässt. Der im IMAX-Format gedrehte Streifen ist gerade in die US-amerikanischen Kinos gekommen. Morgan Freeman spricht in der Originalfassung den Kommentar. Promierendaten in Europa sind noch nicht bekannt.